Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Montag, den 20. Dezember. Heute haben wir dabei Tesla, Apple, Microsoft, Zoom und DJI. Beginnen tun wir mit Tesla bzw. mit Elon Musk, denn der hat auf Twitter mal wieder was bestätigt. Und zwar ein Abo-Modell für den vollen Selbstfahrmodus oder ein amerikanisch Full-Self-Driving und FSD abgekürzt. Und den soll es dann auch bald geben, denn normalerweise wird dieser Modus mit 10.000 US-Dollarn zu Buche schlagen, was natürlich relativ viel vorab ist und besonders wenn man das Auto eventuell leased, gar keinen Sinn macht. Und genau deswegen hatte nämlich ein Twitter-User Elon Musk geschrieben, hat gesagt, ja, du, gibt es auch ein Abo, das macht für mich sonst keinen Sinn im Leasing. Und da hat Elon Musk bestätigt, das wird passieren und eingereicht. Ja, irgendwann 2021, sagen wir mal. Und vielleicht hilft das ja dann wirklich bei der Adaption dieser neuen Technologie auf Amerikastraßen. Wollen wir das in Europa kriegen, würde ich mal in den Raum stellen. Da sind wahrscheinlich auch diverse Regularien noch zu bearbeiten in den verschiedenen Ländern. Gehen wir zum nächsten Thema. Apple, die haben ja die AirPods Max rausgebracht. Und viele haben sich gewundert, ob man denn die Tragetasche, die wie im BH aussieht, ob man die benutzen muss. Denn angeblich kommen nur DART, die Airport Max, in den Low-Power, nicht Low-Power, 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 ist ein schwieriges Wort, Low-Power-Modus rein. Da gab es auch diverse findige Leute im Internet, die schon herausgefunden haben, dass das mit Magneten getriggert wird. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Nein, man braucht nicht unbedingt das Case verwenden. Also wenn man die AirPods Max in das Case packt, dann wird direkt der Low-Power-Modus aktiviert. Wenn man das aber nicht macht, dann macht er das selber nach 5 Minuten von Nicht-Aktivität. Also ganz fein. Außerdem gibt es noch einen mehr aggressiven Batteriespar-Modus. Der ist im Case nach 18 Stunden aktiv und wenn man es eben nicht ins Case reinpackt, nach 72 Stunden. Ja, haben wir das auch herausgefunden. Ich vermute aber mal, dass es bestimmt auch noch Case-Lösungen von anderen Herstellern gibt, die vielleicht ein bisschen schöner sind, die dann auch mit diesem Magneten diesen Modus direkt triggern können. Und von Apple ist es nicht weit zu Microsoft und auch von Apple ARM-Prozessoren ist es bald nicht mehr weit zu Microsoft ARM-Prozessoren. Denn Apple hat es vorgemacht mit dem M1-Chip, seinen eigenen Chip auf ARM-Architektur entwickelt und das macht jetzt auch Microsoft. Die sagen, vorrangig machen sie das für den Bereich Server, also für die Azure-Cloud. Aber sie arbeiten wohl auch schon an Lösungen für Surface-Geräte. Tja, das wird dann wahrscheinlich Intel nicht so gefallen. Nach Apple der Nächste, der eventuell mit eigenen Chips dann an den Markt geht. Nächstes Thema Zoom. Die Videokonferenz-Lösung, die immer noch sehr beliebt ist, obwohl Microsoft Teams sich da schon wirklich eigentlich, glaube ich, auf Platz 1 herangeschoben hat, wenn ich mal so gucke, was ich für Einladungen bekomme. Zoom ist ja in der kostenlosen Variante für maximal 40 Minuten verwendbar. Danach wird es getrennt. Dann müsste man sich wieder reinwählen. Auch nicht so wild, aber auch nicht so schön. Gerade wenn man jetzt über Weihnachten zum Fest vielleicht mit vielen Leuten, Familie, Freunde längere Zoom-Sessions machen möchte. Und das nutzt Zoom jetzt und gibt, ja, Zoom frei, beziehungsweise hebt das Limit auf. Und zwar für Hanukkah, Weihnachten, Neujahr und Kwanzaa. Kwanzaa ist ein afro-am-kanscher Feiertag oder Feiertagsbereich, wie ich mich ja gerade ergoogelt habe. Ja, unterm Strich bedeutet das vom 17. Dezember bis zum 19. Dezember, vom 23. Dezember bis zum 26. Dezember und vom 30. Dezember bis zum 2. Januar gibt es halt Zoom ohne Limit. Jeweils von 16 Uhr bis 12 Uhr. Ja, also 16 Uhr beginnend an dem Datum, was ich gerade gesagt habe und 12 Uhr abschließend an dem Datum, was ich auch gerade gesagt habe. Das zu dem Thema. Und letztes Thema für heute. DJI, die sind jetzt auch auf der schwarzen Liste gelandet, und zwar auf der schwarzen Liste der US-Regierung. Und ja, damit steht erstmal ein Handelsverbot an. DJI hat aber auch schon bekannt gegeben, die Geräte werden trotzdem weiterverkauft. Ja, gucken wir mal, wie sich das so entwickelt. Bleibt wie immer spannend. Bei Huawei zieht es sich ja sehr in die Länge. Die sind auch wohl wirklich raus. DJI, mal schauen, was da passiert. Und das war es dann auch schon wieder. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Die meisten von euch werden wahrscheinlich frei haben. Ist ja auch die Weihnachtswoche. Und wenn ihr arbeiten müsst, zur Schule werdet ihr wohl nicht gehen müssen. Habt auf jeden Fall trotzdem einen großartigen Start in die Woche. Bleibt positiv. Und ich hoffe, wir hören uns dann morgen wieder. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.